Herzlich Willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp und neben mir sitzt Terry Benni Schmidt und Benni, wir tippen jetzt Bizzixiger Ost und zwar den 29. Spieltag und ja, wir fangen gleich an mit der ersten Partie, Benni, SVNA gegen SC Sternschanze 2. Also zunächst muss man sagen, dass also Sternschanze, also meiner Meinung nach also eine überragende Saison spielt, uns auch verdient geschlagen haben und zur zweiten Aufruhr haben, also nach dem Pokaleinzug und ich glaube, das Spiel wird sehr, sehr spannend. Dennoch bin ich der Meinung, also SVNA ist also für diese Liga also viel zu stark und eine Megamannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial und es wird ein hartes Spiel, aber ich denke, das Spiel geht 2 zu 1 für SVNA aus. 2 zu 1 für den SVNA, weiter geht's mit TUS Hamburg gegen Voran-Ohe 2. Ja, also ich glaube, TUS Hamburg hat einfach mehr Qualität als Voran-Ohe, Voran-Ohe hat eine sehr, sehr junge Mannschaft und vielleicht, also die haben auch Potenzial, aber ich glaube, das wird sich in den Jahren entwickeln und ich glaube, deswegen wird TUS Hamburg das auch zu Hause machen und das Spiel 3 zu 0 gewinnen. Ja, die sind ja das komplette Gegenteil dann von Voran-Ohe, nämlich pure Erfahrung und werden deswegen gewinnen, sagst du MSV Hamburg gegen FSV Geesthacht? Also zunächst muss ich sagen, also beim MSV Hamburg spielen Freunde von mir, also Lars Feuerlein, Felix Feuerlein, Björn, also Feuerlein, das sind alles Brüder, Bafo, also das ist ein Freund von mir, also ein langjähriger Freund und ich glaube, also die Mannschaft hatte sowieso sehr viel Potenzial, war auch sehr, sehr ambitioniert vor der Saison, lief nicht so wirklich, jetzt mit dem Trainerwechsel läuft es langsam ein bisschen besser und also nicht nur ein bisschen besser, sondern sehr, sehr gut eigentlich, also ich glaube, wir sind mit die stärkste Rückruppenmannschaft und deswegen glaube ich auch, dass die Geesthacht, obwohl Geesthacht auch ein sehr, sehr harter Brocken ist, zu Hause drei einschlagen werden und ich glaube auch, Lars wird wieder treffen. Und die anderen Feuerleins? Wäre gut, also ich mag die Familie sehr gerne und wenn sie alle treffen, wäre es gut. Und wenn Bafo trifft, ist es auch gut. Ganz klar, dann liebe Grüße hier an dieser Stelle an die Feuerleins und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel ASV Hamburg gegen den Rallstedter SC. Also zur ASV, also kann ich nur sagen, also eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Qualität, also verdient auch oben, da spielen sie mit und ja, so ein bisschen haben sie sich verzockt, glaube ich auch und jetzt, ja, sind sie halt ein bisschen Zugzwang. Dennoch, also ich kenne Rallstedt, also ich kenne Moritz Mandl ganz gut, ich kenne auch den Nadjo ganz gut, aber Moritz Mandl ist ein sehr, sehr gefährlicher Mann, also wenn ASV den nicht unter Kontrolle kriegt und das glaube ich, werden sie nicht, also weil wir haben selber gespielt und der ist sehr, sehr schwierig zu spielen. Hat auch, glaube ich, schon 27 Tore oder sowas gemacht. Viel Oberliga-Erfahrung? Viel Oberliga-Erfahrung, das kommt auch noch dazu. Ein sehr, sehr guter, auch Freizeitkrieg, also ein Topmann und ich glaube auch dadurch, Rallstedt macht das und ich glaube, er trifft auch zwei Mann. Das Spiel geht 2 zu 1 auswärts für Rallstedt aus, also die machen das Ding. Also Moritz, der Benni hofft auf dich und er grüßt dich auch und will natürlich, dass ihr ihm da entgegenkommt, denn für den SC Albi geht es ja bekanntlich um den Aufstieg. Nächste Partie SV Börnsen gegen SC Wendorf. So, also wir haben gegen SC Wendorf, also haben wir gespielt gehabt, also es war ein sehr, sehr ekliges Spiel, Wendorf hat sich hinten reingestellt, also ich würde nicht sagen, dass es eine schwache Mannschaft ist, also da war Qualität da. Sie haben sehr, sehr kompakt gestanden, muss man auch zugeben, haben sie sehr, sehr gut gemacht und wir haben sehr, sehr schweres Spiel gefunden und ich glaube, dass Börnsen aber trotzdem viel, viel mehr Qualität hat. Und das wird sich auch zeigen, auch noch zu Hause, ich glaube, ich werde das Börnsen machen mit 3 zu 0, weil ich denke, wenn wir anders, also wenn wir anders ambitioniert in die Spiegel reingegangen wären, hätten wir das auch gemacht. Und ich denke, definitiv macht das Börnsen. Also Börnsen hat auch zu Hause gezeigt, wie stark sie sogar auswärts bei uns sind auf dem Grand und das kann viele Mannschaften nicht und Börnsen macht das 3 zu 0. Alles klar. Klares 3 zu 0 und nächste Partie, Launburger SV gegen den TSV Glinde. Ich denke, das Spiel geht 2 zu 0 aus für Launburg und meiner Meinung nach, also es sind beide Mannschaften, also die eher im unteren Tabellendrittel sind, aber ich glaube, Launburg hat ein bisschen mehr Qualität und bei Glinde ist das Problem auch, dass sie, also gerade irgendwie, wie ich das gerade in den Medien gelesen habe, also dass sie schwer haben, gerade sogar eine Mannschaft zu finden, die überhaupt gegen SVNA spielen kann oder die gar nicht auflaufen kann. Und deswegen glaube ich, also dass das intern auf jeden Fall sehr, sehr viele Probleme mit sich zieht und dass sie so das Spiel, glaube ich, also nicht wirklich gut bestreiten können. Und auch, ich weiß nicht, wie die Saison ausgeht, aber ich glaube, das ist nicht so gut für das Team. Alles klar, dann machen wir weiter mit dem SC4 und Marschlande 2 gegen ETSV Hamburg. Ich denke, also das sind zwei Mannschaften, wo man sagen muss, die sind ziemlich ähnlich, wobei ich sage, Marschlande spielt zu Hause und ich glaube, das ist so ein klarer Heimvorteil, wobei das Spiel nicht klar ausgehen wird, aber ich denke, das wird ganz knapp 2-1 für Marschlande ausgehen. Also Marschlande spielt ihre Heimstärke aus. Ja, letzte Partie, Tussau Mühle gegen euch. Wie jedes Spiel gegen uns wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, alle Mannschaften, die jetzt gegen ETSV spielen, wollen gewinnen, wollen zeigen, dass sie besser sind als wir, weil viele Mannschaften meinen, wir haben es nicht verdient. Was ich aber dementieren muss, weil ich finde, wir haben es ganz klar verdient, oben zu stehen. Also Peter macht mega gute Arbeit und als Team, finde ich, machen wir das auch super gut. Also bei uns gibt es keine Einzelleisten, sondern mehr über die Mannschaft und ja, dann kämpfen wir zusammen und dann irgendwann macht das halt doch die individuelle Klasse nach einer Zeit. Also vielleicht einen Harry Nadolny trifft dann vorne oder einen Vasim oder einen Hussein, der auch eine exzellente Technik hat oder vielleicht meine Wenigkeit. Aber es ist eigentlich egal, wer die Tore macht oder einen Fritz. Also Hauptsache, irgendeiner macht die Tore und wir stehen dann kompakt und halten das Ding. Und ich glaube, die Mannschaft ist heiß und wir wollen das Ding und wir wollen das für Peter machen und ich glaube, wir machen das mit 3-0 auch auswärts. Alles klar, klare Ansage. Die Mannschaft ist heiß auf den Gegner und wir sind heiß auf die Spieltagstipps von Terry Benny Schmidt. Dankeschön.